Man muss da sehr, sehr, sehr direkt sein und man muss auch keine Angst haben, dass der Gegenüber oder die Gegenüber damit nicht zurechtkommt mit dieser Direktheit. Und man muss natürlich auch sich bewusst werden und im Klaren sein, dass natürlich nicht überall Harmonie und heile Welt, ich bin auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, aber das funktioniert halt nicht mit jedem und überall. Gewisse Menschen nutzen einfach die Freundlichkeit von einem aus. Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. Heute geht es um ein Thema, wo ich das Gefühl habe, dass viele Menschen damit ein Problem haben und zwar genau die Menschen, die eigentlich harmoniebedürftig sind und eher nicht so auf Konfrontation hinaus sind. Und zwar, es geht um den Umgang mit aggressiven, unfreundlichen oder teilweise auch frechen Menschen. Was ich damit meine, ich habe da auch eine ganz gute Geschichte dazu. Eine Freundin von uns hat mir vor, oder hat uns vor kurzem erzählt gehabt, dass sie morgens mal gebeten worden ist, eine Arbeitskollegin abzuholen, sie dann in die Arbeit zu fahren und abends auch wieder zurückzufahren. Irgendwie war die eine Arbeitskollegin irgendwie nicht mobil und unsere Freundin hat dann gesagt, ja, das mache ich gern, kein Problem, mache ich wirklich gerne. Dann war es dann tatsächlich auch wirklich alles easy. Morgens ist sie noch hingefahren, war ein Umweg von fünf Minuten ungefähr. Sie musste an ihrer Arbeitsstelle vorbeifahren, sie abholen und dann wieder zurück und abends wieder in die entgegengesetzte Richtung fahren und dann wieder komplett nach Hause fahren. Es war, glaube ich, pro Fahrt fünf Minuten, also insgesamt viermal fünf Minuten, 20 Minuten Umweg. Das macht man mal gern, ist ja überhaupt kein Problem, vor allem, wenn man mit den Arbeitskollegen oder in dem Fall mit der Arbeitskollegin auch gut zurechtkommt. Dann interessanterweise hat sich das Ganze fortgesetzt. Aus den Einmalen wurden zweimal, wurden dreimal, viermal, fünfmal und so weiter, bis sie es so eingependelt hat, dass es das Ganze über mehrere Monate hinweg ging. Ich fand es interessant, dass unsere Freundin da zur Arbeitskollegin auch gar nichts mehr gesagt hat, sondern einfach nur hingenommen hat, obwohl sie es gar nicht wollte, so hat sie es uns erzählt zumindest, obwohl sie es eigentlich gar nicht machen wollte, hat sie es trotzdem jeden Tag wieder aufs Neue gemacht. Ich habe auch unserer Freundin gesagt gehabt, hey, wenn es 20 Minuten am Tag sind, das sind ja im Monat knapp über sieben Stunden dann, also fast ein ganzer Arbeitstag, der quasi einfach futsch ist und weg ist und du weniger Zeit mit deiner Familie hast, mit Kindern hast und so weiter und so fort. Also ich glaube, das geht ja viel mehr über ein Gefallen hinaus. Und ich meine, wenn es ja nur fünf Minuten sind, dann kann ja die Arbeitskollegin selber schauen, wie sie in die Arbeit kommt. Ich habe dann gemerkt, dass unsere Freundin da gar nicht so richtig auf Konfrontation hinaus war. Also ihr warst lieber, alles auf heile Welt zu lassen, wie zum Beispiel einmal zu sagen, hey, liebe Arbeitskollegin, also du nutzt gerade irgendwie meine Freundlichkeit aus und das ist nicht in Ordnung, das geht schon seit Monaten so, wir müssen eine Lösung finden. Nein, in dem Fall hat sie nichts gesagt, sondern hat das dann einfach so dabei belassen. Ich finde das Thema sehr interessant, weil ich erlebe es sehr häufig, dass die Freundlichkeit von einem oder in dem Fall auch zum Beispiel von mir, von anderen Menschen in irgendeiner Form ausgenutzt wird und man da auch gar nicht mehr so richtig weiß, hey, Moment mal, ich habe so ein paar Zeichen gegeben, dass ich es gerade nicht mehr so okay finde. Wieso versteht die andere Person das gar nicht? Ich habe immer gemerkt, man muss da sehr, sehr, sehr direkt sein und man muss auch keine Angst haben, dass der Gegenüber oder die Gegenüber damit nicht zurechtkommt mit dieser Direktheit. Und man muss natürlich auch sich bewusst werden und im Klaren sein, dass natürlich nicht überall Harmonie und heile Welt, ich bin auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, aber das funktioniert halt nicht mit jedem und überall. Gewisse Menschen nutzen einfach die Freundlichkeit von einem aus. Ich hatte auch dazu oder in diesem Kontext ein sehr interessantes Gespräch mit Eva Ries, der Podcast hierzu kommt auch bald raus. Das ist die ehemalige Wu-Tang-Managerin, die hat das auch über 25 Jahre lang gemacht. Also die hatte wirklich viel Erfahrung mit denen, hat auch wirklich sehr interessante Storys dazu erzählt gehabt, was für Eskapaden mit dabei waren und so weiter vom Wu-Tang-Clan. Aber was ich persönlich sehr interessant fand, weil mir kam Eva als sehr ruhige und gelassene Person rüber, wie sie sich eigentlich durchgesetzt hat gegen so eine Chaotengruppe, Chaotenband wie dem Wu-Tang-Clan. Da sind ja auch einige mit dabei, die ja relativ aggressiv sind, frech sind. Die hat erzählt, auf Tourneen und so weiter haben die sogar teilweise geklaut und dann hat sie gesagt, nee, wir fahren jetzt erst weiter, wenn du die Sachen wieder zurückgibst, die du geklaut hast. Sie hat sich da durchsetzen können gegen wirklich aggressive, zum Teil aggressive Menschen. Und für mich war es halt interessant zu verstehen, wie sie das eigentlich gemacht hat. Und sie hat eigentlich das gesagt, was ich mir schon gedacht habe eigentlich. Und zwar, dass man sich genauso eigentlich stellenweise verhalten muss, wie die Person gegenüber sich verhält. Also wenn jemand, es ist leider so, wenn jemand aggressiv teilweise rüberkommt, dann muss man leider selber auch aggressiv agieren. Also Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Ich bin zwar kein großer Fan davon, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Aber ich denke, wenn jemand total frech ist, dann wirkt auch nur einfach eine Sache, und zwar selber frech gegenüber dieser anderen Person zu sein. Ich habe hier und da mal auch ein paar Tests gemacht, ob das so funktioniert. Ich habe vor kurzem, schon länger her, Entschuldigung, war ein Bekannter bei mir zusammen mit anderen Freunden zum Grillen. Es war kein guter Bekannter, aber er war irgendwie so im Schlepptau mit dabei. Mag ihn auch, also ein ganz leiter Kerl. Und wir saßen dann alle zusammen abends, nachdem wir gegrillt haben. Und dann fragt er mich so ganz laut vor versammelter Mannschaft, hey, was hat denn dein Haus gekostet? Und ich habe auch eigentlich kein Problem damit, guten Freunden so zu erzählen, was ich für, wie viel ich ausgegeben habe, zum Beispiel für mein Haus oder für gewisse Dinge, habe ich im Normalfall bei guten Freunden kein Problem. Aber wir hatten jetzt nicht so die Beziehung, dass er mich einfach so aus meiner Sicht fragen kann oder sollte, was ich für mein Haus ausgegeben habe. Ich meine, es geht ihm ja auch gar nichts an, sind wir mal ehrlich. Da habe ich einen Test gemacht und habe dann auch vor versammelter Mannschaft gesagt, hey, das geht dich gar nichts an. Punkt. Also richtig so Punkt und das war es dann auch. Darüber will ich nicht mehr sprechen. Und ich habe dann gemerkt, dass er dann gesagt hat, ja, okay, kein Stress. Er hat also, ich hatte fast schon gedacht vielleicht, dass er auch so total perplex reagiert und vielleicht nochmal nachfragt, hey, warum, bla, bla, bla. Aber er hat gemerkt, dass ich genauso frech zurückgeantwortet habe. Und das war anscheinend völlig in Ordnung für ihn. Auch in einem anderen Kontext. Ich hatte es mal in einem Podcast erwähnt gehabt. Ich hatte mit einem Arbeitskollegen so ein bisschen ein paar Schwierigkeiten. Ich hatte an einem Tag mal eine Präsentation von ihm gebraucht, weil ich selber eine Präsentation vorbereiten musste. Und wollte mir sozusagen ein paar Slides von ihm sozusagen klauen, in meine Präsentation verwenden, damit ich da ein bisschen Zeit sparen kann. Habe den Kollegen gesucht. An seinem Arbeitsplatz war er nicht. Ich bin zur Kaffeemaschine gelaufen. Dort war er, hat sich gerade einen Kaffee gemacht. Und da habe ich in dem Moment gefragt, hey, könntest du mir bitte das und das Slide-Deck geben? Ich habe bald eine Präsentation und es wird mir eine Menge Arbeit abnehmen, wenn du mir das Slide-Deck rüberschicken könntest, dass ich einfach ein paar Sachen rauskopieren kann. Er stand dann an der Kaffeemaschine und hat gesagt, nö, keine Zeit. Dann war ich erst mal so, okay, komisch, du bist gerade an der Kaffeemaschine, machst ja einen Kaffee während der Arbeitszeit und du sagst mir jetzt gerade, dass du keine Zeit hast. Das macht doch gar keinen Sinn irgendwie für mich. Er meinte, ja, geht gerade nicht. Ich kann gerade nicht. Also in mir wurde es dann so richtig so, da wurde ich so leicht wütend, würde ich sagen. Also ich habe das jetzt nicht so nach außen getragen, aber ich habe gesagt, ey, Moment mal. Aber du bist gerade während der Arbeitszeit, ich bitte dich als Kollegen, nicht als Kumpel, nicht als Freund oder was auch immer, sondern als Kollegen darum, dass du mir ein Dokument rüberschickst, während du dir gerade einen Kaffee machst. Also wenn du mir das Ding jetzt nicht rüberschickst und mir auch nicht sagst, wann du es machen kannst. Ich muss ja nicht sofort sofort sein. Du kannst mir sagen, ey, heute Nachmittag, heute Abend oder morgen oder was auch immer. Aber so eine freche Antwort, dann haben wir ganz schnell ein Problem miteinander. Ich habe dann gemerkt, die Story ging natürlich so ein bisschen weiter, aber kurzum. Am Ende hat er es dann eingesehen, nachdem ich aggressiv geworden bin in irgendeiner Form, dass es auch nicht okay von ihm war, hat sich dann auch bei mir entschuldigt und hat mir auch die Präsentation dann zugeschickt. Also es war dann okay, aber ich habe dann gemerkt, hey, du frägst freundlich jemanden um einen, nicht mal einen Gefallen, weil ich meine, wir arbeiten zusammen und da geht es ja gar nicht mehr, oder wir haben zusammen gearbeitet, da geht es ja gar nicht um einen Gefallen tun, sondern es ist ja die Arbeitszeit. Da bittest du jemanden freundlich um eine gewisse Tätigkeit und da wird total frech gesagt, nö, geht nicht. Auch in dem Moment habe ich gemerkt, also wenn jemand super unfreundlich reagiert oder super frech ist oder was auch immer, muss man stellenweise genauso agieren, weil nur so ist anscheinend die Kommunikationsmethode, die sie auch verstehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich denke nicht, dass man immer Gleiches mit Gleichem bekämpfen soll, Feuer mit Feuer bekämpfen. Es gibt natürlich viele Situationen, wo man vielleicht deeskalierend wirken sollte, aber es ist nun leider so, dass Freundlichkeit stellenweise auch als, ja, so dargestellt wird, als ob man irgendwie vielleicht dumm ist oder etwas nicht checkt oder was auch immer. Das tut mir dann auch leid, wenn es dann irgendwie auch anderen passiert. Mir ist es zumindest passiert, ich bin eigentlich ein sehr freundlicher Mensch. Ich habe dann gemerkt, Freundlichkeit wird auch in irgendeiner Form als Schwäche wahrgenommen. Darauf habe ich definitiv keine Lust mehr, deswegen habe ich es mir auch angewöhnt. Wenn jemand frech ist, antworte ich frech zurück. Ganz klar. Ich versuche auch so frech, möglichst genauso frech zu sein, wenn nicht sogar einen Ticken frecher, als die Person mir vorher geantwortet hat, weil anscheinend funktioniert nur diese Art von Kommunikation. Ich weiß, nicht jeder wird mir heute wahrscheinlich zustimmen. Es geht nicht immer darum, dass man irgendwie Kopf an Kopf mit jemandem ist und dauernd irgendwie in Competition mit jemandem ist, aber am Ende des Tages möchte ich persönlich eigentlich nur Menschen in meinem Umfeld haben, mit denen ich auch irgendwie gut zurechtkomme, die auch so eine gewisse Harmoniebedürftigkeit wie ich haben. Mit den Leuten, die sowieso aggressiv draußen sind oder frech sind und so, mit denen will ich sowieso eigentlich, zumindest in meinem Privatleben, möglichst wenig bis gar nichts zu tun haben. So Leute, ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, so lasst mir bitte ein Review, ein Like da, subscribe den Kanal, denn nur so kann Project Mindset weiter wachsen. Ich danke euch vielmals. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und nicht vergessen, bis dahin, Mindset ist alles. Alles.